Willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Rush Team Oh yeah was war das ja damit alle die Standardwaffen ausgerüstet ähm beide kennt's glaubt nicht oder kennst du die Map auch Nebel ist natürlich sie kennen es hat sich sie kennen ey so geht man doch nicht mit Freunden um ich kenne die Map aber so rein gar nicht verlaufen nicht wahrscheinlich ja ich hab hier immer mal wieder Makro Legs so wie deswegen okay oh hi fick dich die die Waffe ist overpowered Alter die Standardwaffe zwei Schüsse gell ja eben zwei Schüsse und Boom und das Vizier ist auch voll nice scheiße ich hab dich grad die ganze Zeit in die Eier getroffen und du bist nicht umgefallen willst du mich verarschen ne du hättest dich wenigstens bücken müssen du hättest dich wenigstens bücken müssen ich hab dir in die verfickten Eier geschossen wow woher kommst du denn ich hab dich schon wieder an der Brust getroffen stirbst du denn nie ich sehe ihm treff dich immer am Kopf ist das dein Spawn oh ja oh scheiße mit der Waffe komm ich nicht klar Sniper hier ja nie ist klar komm wir nehmen mal nur Pistol wieder das ist lustig okay Pistol wir haben ja die Standardmäßig richtig Pistol da Pistol wehe du aus Trevo pfuh scheiße warte kurz nachladen fick dich ich sag noch kurz nachladen und fang den Garen zu schießen ich hab nachgeladen also von dem her alter die Map kenn ich so rein gar nicht woher kommst du denn aus mein Spawn ist der grad da der ist ein Raum weiter ja okay so ich suche mal deinen Spawn ist er hier ne weh du campst jetzt an deinen Spawn nur weil ich ihn suche ne wirklich nicht ich such nur mir fällt gerade auf dass es hier verfickt viele refill Stations gibt ist dir das auch schon aufgefallen und viele Camp Station ich glaub die mal bis zum Campen da aber wir kämpfen nicht okay kein Campen keep moving wo lang geht's da wo lang geht's hier Alter die Map gefällt mir bei mir ruckelt es wieder bei mir ruckelt es wieder ich bin bei deinem Spawn gelangt ich weiß es aber nicht hä wo bin ich jetzt ne bei mein Spawn bist du nicht Scheiße ich hab mich verlaufen ich war grad bei mein Spawn ich bin weiß ich verliere nie die Orientierung soll ich dir sagen warum ich hab ein fotografisches Gedächtnis oh fotografisches Gedächtnis ja ja das hab ich mir selbst angeeignet seltsamerweise ist so hey fuck g da ist es scheiße zu ähm du zu fuck Alter wie viel Beschütze braucht man um die Gitter mit der Piste zu töten Alter oh Heel Station nice hehehe ey ich bin das fuck scheiße ich sag mir grad so hä das sieht doch aus wie mein Spawn Room Moment mal aber wenn's nicht mal das dann ist es doch scheiße neiiiit ein Spawn Töte Alter ich hab ne nice ooooh das muss ich jetzt ausnutzen sorry aber das muss ich ausnutzen sorry das muss ich jetzt ausnutzen das war voll ich hab dich erst gar nicht gesehen unter den Barrels ich dachte du wärst ne Barrel ja eben das sind voll die leise warte kurz mal will ich auch mal ausnutzen lass mich das mal ausnutzen so nur mal um das Gefühl zu kriegen dafür ja dann komm her warte kurz so 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 du bist drin ja dann bist du nicht der andere Weg gegangen aber du schießt nicht auf mich ich möchte einfach nur so sehen wie OP diese Stelle wirklich ist und du sagst mir wie gut man mich sieht du musst aber immer im Ding sein in diesem compound Ding da in diesem Loch klein in diesem kleinen Loch musst du drin sein komm mal und schaust selbst ob's richtig ist ja ich komm warte wo bist du ah bei mir ruckelt bist du nicht ja hi ja so ist es richtig ok wie gut sieht man mich warte von da hinten oder was ja äh da denkt man echt du wärst ein Fass ok du hast auf meinen Kopf gezielt ok lüt ich muss ähm gehen jo ok Leute das war's mit Rush Team fürs Erste ich werde hier an eine weitere Aufnahme mit ihnen schneiden dann später damit wir auf 15 Minuten kommen und nicht bei 5 bleiben bis zur nächsten Aufnahme ja Leute wir haben gerade erfahren das macht noch 10 Minuten also legen wir direkt mal los go 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 wow schön 10 Minuten dün 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 das heißt wir haben genau 15 Minuten Material ja das ist insgesamt 45 Minuten auf der Platte ist doch gut ja weiß ich kann nicht mehr rennen das reicht für 6 Tage warum für 6 Tage weil ich immer 2 Tage zum Hochland brauche warum warte guck mal kurz ich brauche mehr ich brauche 7 Tage weil ich ja nur manchmal nur die Pistole nur die Pistole oh scheiße sag's doch grad ich habe wie immer am Anfang leichte lecks weil es sich noch kalibrieren muss wahrscheinlich ja bei mir auch alter bei mir lecks grad voll ja ich habe nur so eine Art Leg Legs und ich kann nicht springen what the fuck ich kann springen springen kannst du übrigens nicht wenn deine Ausdauer leer ist von wo? ach da ja he 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 bam Headshot verdammt schnell jetzt mal versuchen nee Maja Maja der Touch der geht irgendwie nicht Maja Maja was du sagst schnell ja alter ich hab dich grad gesehen aber wegen Legs habe ich dich verfehlt fuhr ich hab dir viermal auf die Brust geschossen theoretisch warst du jetzt tot in real life und so ja ich hab auch nur noch ein Leben ich hab dich grad getroffen du wärst jetzt tot ich hab ja nur noch ein Leben habe ich doch gesagt ich hab dich aber nochmal getroffen ich hätte dir dein Leben abziehen müssen what the fuck ich hab ja dann hast du verfehlt ne ich hab getroffen es zeigt dir an dass ich getroffen hab ah dann hatte ich nur drei Leben ja könnte es sein dass ich nur drei Leben hatte man lagen mich auch in Ruhe nup nup tschuf tschuf what the fuck da gibt es nochmal einen Weg lang den habe ich gar nicht gesehen oh geil du hast geschossen ja ich hab dich kurz gesehen ja ich hab dich kurz gesehen oh da fuck ich muss 5.000 mal auf die äh dein Kopf geschossen ich weiß nicht nur wenn ich mich so hinzusetzen dann müsste ich dich ausmachen mir jetzt alle weapons was alle Kanonen nein ich hab's erwischt nur Pistole nur Pistole da muss ich kurz wechseln ok und schießt du wohnen wirfst du ich stehe hier ah meine Maus funktioniert nicht mehr scheiße ich kann nur noch mit Maus weil die Maus schießt die ganze Zeit pfuh jetzt muss ich aber scheiße bin ich in deinem spawn nö oh Gott sei dank hab ich verarscht das ist mein spawn ja mann ich konnte nicht mich bewegen weil meine Maus gerade hängt meine Waffe ist so aus dem Jahr 1911 ei es gibt eine geile Waffe also so eine kleine Pistole dort oh ja da zu Katzen tut gut um Mückenstiche lass du mal aufzuschießen was lass mal aufzurauschen so mir kam kurz dagegen ah jetzt geht wieder meine Maus wow das war knapp yeah nice du hast x mal mich getroffen und dann der letzte Schuss war natürlich ein Headshot nice oh geil wow weißt du was für gefährliche Sachen du gerade gemacht hast Hilfe Verfolgungsfahrt hatte gerade echt einen oh ich musste mich kurz heilen was du halt dich einfach so mitten im Kampf bist du eigentlich bescheuert ja das geht ja nicht gell ja ich dachte du kommst jetzt rein und killtsch mich aber angeblich dann gehe ich mich das auch mal heilen oh ich ahne auch nicht an Mainzborn alter ich kommt ja auch natürlich und sonst ich habe es ja einmal geschafft ne du bist nicht bei Mainzborn es gibt drei nice es gibt drei Stück eben damit kann man den Gegner gut verarschen oh ja bei einem habe ich mich gerade eben geheilt ich glaube es kalibriert dich gerade noch da habe ich auch nicht dann bist du bei deinem spawn ja ach nee früher merkt hä oh fuck ich bin ich gar nicht da eben ich habe mich bereits schon längst geheilt oh sag's doch ich brauch Muni fuck warte mal kurz nachladen du bist mein spawn so ganz nebenbei scheiße du bist fuck schnell weg hier nein oh fuck ich bin direkt hinter dir gespawnt oh scheiße ich wollte nicht BAM bitch das ist lustig gell mit der Pistole einfach mal so rumrennen man hat die ganze Zeit Todesangst oh alter nice ich habe die perfekte Camperpose schon wieder die da erwischt mich nicht aber ich kann durchschießen so geil hallo du kannst dich nicht durchschießen du weißt schon dass das bug using ist und ich dich dafür reporten lassen kann ja ich weiß ich geh ja schon weg ich wollte es nur aus oh da ist ne uh das wusste ich gar nicht dass es das gibt was sag ich nicht weil sonst kommst du mir sag's ja ich hab grad meine Muni aufgeladen ach so eine dritte Muni Station nicht weder in einer noch in der anderen ähm Station ist hab sie gefunden unter der Brücke gell ja unter der Treppe was nein nicht die dann warst du nicht bei dir die war unter einer Brücke was unter einer Treppe unter einer Brücke aber die wo ich gesehen habe waren unter einer Brücke ja ich hab grad gesehen da Maija hii Maija hooo Maija haaa äh Maus Maija haa Maija hii ich sollte vielleicht mal nachladen egal was weiß ich auch ah nee ich meine Muni zu nachfüllen Muni zu nachfüllen äh du weißt ich geh natürlich und zu dem weil unter der Brücke ist ja ja das sagen sie alle und dann sind sie plötzlich weil du nicht weißt wo das ist haha ja okay kommt wirklich mal zu dem ich will mal gucken ob das unter der Brücke ist nö ich zeigte du nicht wo das ist man das ist unter einer Brücke ne unter einer Brücke ne unter einer Brücke also hier wie schon mal nicht ah alter bei mir ruckels voll oh yeah wo ich bin bitch apropos oh ich hab grad weggeschaut ich hab mich grad gekratzt ah ich hab mich grad gekratzt oh jetzt hab ich mich verkratzt ah das ist so ah 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 fuck alter das war nice scheiße ich muss nachladen so ich bin jetzt mal like Mark wieso wow das geht echt was geht nichts ihr bist schon mal nicht ihr bist auch ich sag doch ohne campen aber du ich bin aber nicht Camper oh du bist Camper fuck oh hi warte kurz mal nachladen oh fuck scheiße ich muss nachladen scheiße ich hab dich so rein gar nicht getroffen nein schulter schuss revanche du warst grad an meiner camp pose ich weiß ich wollte nur testen ob das geht nein bei meiner anderen camp pose äh oh da campst du auch noch nope wo campst du eigentlich nicht überall aber auch nirgends theoretisch müssten wir es ausmachen Marc theoretisch theoretisch nach den Regeln Dürbete hier hätte schon an die Regeln Regeln sind darum gebrochen zu werden theoretisch er fällt grad auf dass ich sehr viele Leben habe er fällt grad auf dass du da ey weg du weißt schon dass das mein Spawn ist immer noch oh scheiße das ist dein Spawn nö das war deiner geh weg geh weg raus aus meinem Spawn boom Noob Spawn Camper Spawn Camper okay ich geh schon weg so ist mir nötig Kanaten mach dazu und ich nehm jetzt vapen was wir nehmen jetzt wieder alles ja oh ich hab wieder ne geile Sniper pose jetzt hör auf mit snipen hier oh diese Glitter sind unfair das weißt du doch nein ich wollte nicht grad für aim ha ha ich wurde grad dass die wiederbelebt ich sagte doch alle vapen sind online hast du mal auf die ganze Zeit hier Camperposen rauszusuchen und kämpfst wie eine Frau oh hörst du mal auf mit den Granaten ah hast du die alte gehört da warst du ganz in der Nähe hi fuck nein ich hab noch nicht mal geämpft bam no scope fuck ich lauf jetzt mal nur so rum Leute oh ich weiß was du machst ich machs jetzt auch was mach ich was mach ich denn ich find so geil dass es ein Rotpunkt Visier ist echt ist es das ich erkenns gar nicht bei mir die Quali ist zu low ne das hat ein Rotpunkt Visier ja stimmt das heißt im Moment ich kann nicht anleuchten nein das geht nicht ich hätte gerne eine Waffe mit Later Visier wäre überhaupt nicht auffällig oder so das ist so unlogisch man hat zwei Visiere in einem ja stimmt das eine ist das Steuerradius und das andere wo man zielt ja eben das ist gut doch nochmal der Punkt da kann man doppelt so der Punkt ist wohin du gerade zielst und der Kreis ist wohin es treffen könnte ja eben uh ich hab wieder ne nice Sniperpose hörst du auf hihihi hihihi oh shit ich zie grad voll warte kurz mal so jetzt hoff ich wieder so rum ich laufe jetzt auch so rum ja Mark Mark komm mal zu deinem Spawn aber schieß mich nicht ab ok Mark wenn du mich abschießt dann lieb ich und lösche alle Aufnahmen ich bin grad bei deinem Spawn also dauert es länger weiss nicht ob du mich siehst das ist so episch wo ich stehe guck mal hi ich sagte nicht schießen ja ja du hast ja schon hey weg von der Sniperpose und da hab ich nicht auf dich aimen um dich besser zu sehen aber das sieht man voll alter ich weiß das sieht man voll aber es war episch da hab ich da bin ich gar nicht drauf gekommen ja eben deswegen weil man da nicht drauf kommt nein hat's nicht ich schaue immer in ein wenn ich nur im Raum gehe ich schaue ich in alle Ecken ich schaue ich immer in eine Ecke sofort und du stehst dann wenn du campst meistens in der anderen Ecke das nervt mich so voll ab ey ich kämp' mal an meiner Camperpose wo ich grad gefunden hab die findest du nie ah verdammt ich hab dich dreimal getroffen jetzt aim komm schnell aim hat man mich noch gesehen komm wir kämpfen wieder noch mit der Dings mit der Pistole fuck das war so ne geile Pose ähm Dings sagen wir's mal so ich hab dich nicht ich hab dich gesehen wie du da runter gelaufen bist aber ich hab dich nicht durch die Killcam dabei gesehen ja ich weiß aber das war doch ne geile Sniperpose oder? ja und wir kämpfen jetzt nur noch mit der Pistole wieder das ist am lustigsten oh nein das ist am lustigsten und wenn du da nicht mit mir klarkommst tschüss und wenn du da nicht mit der zenderem ich versuche das einfach die und wache die du wache